So, das mit dem Surface hat mir jetzt gleich aus mehreren Gründen überhaupt nicht gefallen. Erstmal war die Kamera doof und irgendwie war das mit dem Whiteboard von Zoom, das hat auch nicht richtig funktioniert. Also probieren wir jetzt nochmal was sehr ähnliches und zwar mit dem Whiteboard von Microsoft. Und dazu gebe ich wieder erst mal den Bildschirm frei. Diesmal aber tatsächlich den Bildschirm. So, ja. Ja, und per Knopfdruck können wir uns das Whiteboard hochholen. Fullscreen geht zumindest jetzt noch nicht. Neues Whiteboard. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier grüne Linien habe. Noch erstmal weg. Und Weiß hätte ich gerne. Genau. So. Und schreibe ich in schwarz. Und diesmal ist die Idee, dass wir bereits wissen, die Ableitung entspricht der Geschwindigkeit. Die zweite Ableitung entspricht der Beschleunigung. Was haben wir jetzt für typische Aufgaben, die wir betrachten können? Na ja, also zum Beispiel in einem Auto wird vielleicht aufgezeichnet, die Geschwindigkeit, mit der es gefahren ist. Und wir wollen gerne wissen, wie sieht denn die gefahrene Strecke zu einem bestimmten Zeitpunkt aus? Wieder mit dem gleichen Modell. Das heißt, wir haben ein Auto, das sich auf gerader Strecke fortbewegt und zum Zeitpunkt T befindet es sich am Punkt S von T und die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt T sei V von T. Am Anfang soll es natürlich am Anfang der Strecke sein. Das heißt also Anfangspunkt, Zeitpunkt für uns ist auch Null. Das heißt also zum Zeitpunkt Null soll es sich an der Null befinden. Genau, ich sehe schon, das ist wesentlich Angenehmer mit dem Schreiben hier. Und na ja, wir nehmen vielleicht auch noch an, dass am Anfang die Geschwindigkeit gleich Null ist. Brauche ich eigentlich gar nicht. Dann machen wir wieder weg. So. Jetzt wissen wir, die Geschwindigkeit ist nichts anderes als die Ableitung. der Ortsfunktion. Das heißt also, es gilt S' von T gleich V von T. Und na ja, das ist ungefähr die einfachste Differenzialgleichung, die ich mir überhaupt irgendwie vorstellen kann. Nämlich na ja, wir suchen einfach nur die Stammfunktion von V. Das S' ist V. Das heißt also, S ist die eine Stammfunktion von V und durch das S von Null gleich Null wird die Stammfunktion sofort festgelegt. Das heißt also, natürlich, es gilt S von T ist nichts anderes als das Integral von Null bis T V von S D S. Und dann sehen wir sofort, dass beide Bedingungen, die wir da oben hingeschrieben haben, erfüllt sind. Das mit am Punkt Null kommt tatsächlich Null raus für dieses S und die Ableitung ist tatsächlich V nach dem Fundamentalsatz der Differenzial- und Integralrechnung. Ja, wunderbar. Das scheint also zu funktionieren und bei einem Aufgaben dieser Art können wir zumindest dann lösen, wenn sie so einfach sind, wie sie hier stehen. Und das nennen wir nach der Analyse eine Anfangswertaufgabe. Anfangswertaufgabe eben, wir haben eine Differenzialgleichung der Form S' von T gleich F von T und S von T Das ist noch nicht ganz so der Fall. Da oben steht immer auch nicht nur das V von T, aber das S von T dürfte tatsächlich auch auf der rechten Seite vorkommen. Das ist eine typische Differenzial, gewöhnliche Differenzialgleichung. Dann brauchen wir noch eine Anfangsbedingung. Haben wir oben gesehen. Wir haben bekommen, um eigentlich nur irgendeine Stammfunktion, um die eindeutig zu machen, brauchen wir einen Anfangswert. Der Anfangswert ist S von 0 gleich 0. Also im allgemeinen Fall dann natürlich S von 0. Wir fangen mit T immer bei 0 an. Gleich A. Okay, und das ist halt die allgemeine Form. Oben haben wir eine spezielle Anfangswertaufgabe und hier unten haben wir eine allgemeine. Wir lassen sogar zu, dass S ein Vektor ist. In dem Fall hätten wir ein System von gewöhnlichen Differenzialgleichungen. Und so ein System wollen wir uns einfach mal anschauen. Kriege ich hier eigentlich auch eine neue Seite. Nee, das kriege ich leider nicht. Aber ich glaube, ich kann das einfach zur Seite schieben. Ja, tatsächlich. Und wir hatten ja zwei, wir hatten ja mehrere Sachen. Wir wussten einmal, dass S' von T ist V von T und wir wussten, dass V' von T ist A von T. und jetzt nehmen wir mal an, wir befinden uns nicht im Auto, sondern der Einfachheit halber, wir befinden uns in einem Aufzug, der sich nach oben bewegt. Das heißt, das hier ist der Tunnel, in dem der Aufzug sich bewegt. Da drin ist der Aufzug, das Ding fährt nach oben und wir steigen ein und wir wissen natürlich zum Zeitpunkt 0, wir steigen im Erdgeschoss ein, wissen wir einmal, naja, der Aufzug steht, das heißt also, es gilt V von 0 gleich 0, also zum Anfang des ganzen Experiments steigen wir ein und da ist die Geschwindigkeit offensichtlich 0 und wir sind unten im Erdgeschoss, das heißt also auf der Höhe 0 Meter und wir wissen S von 0 gleich 0. Okay, gut, wenn wir jetzt irgendwie die Beschleunigung messen können, das heißt, wir steigen in den Aufzug, die Tür geht zu, und wir merken natürlich die Geschwindigkeit des Aufzugs nicht, aber wir merken natürlich die Beschleunigung, die können wir auch messen, ein entsprechendes Messgerät würde nach oben oder unten ausschlagen und ja, das heißt also, wir haben unsere drei, unsere zwei Differenzialgleichungen hier oben, da steht erstmal, was wir jetzt suchen, sind S und V, das heißt also, der ganz große Vektor, den wir suchen, die Lösung, die wir suchen, sind S von T und V von T und auf der rechten Seite dürften also diese Größen jetzt alle wieder vorkommen, das heißt also, bei einer festen, gemessenen Größe A müsste das sein, der von der Form F von S von T, V von T und T und ja, das ist tatsächlich der Fall, das A ist fest, das ist bekannt, das haben wir gemessen und dann steht da eine Funktion in S und V und hier habe ich noch die Striche vergessen, das heißt also, das ist tatsächlich eine vernünftige Differenzialgleichung, diesmal eigentlich in einem Vektor, S von T V von T und wir brauchen eine Anfangsbedingung und diesmal muss die Anfangsbedingung natürlich für den ganzen Vektor da sein, das heißt, wir brauchen S von 0 gleich irgendwas, V von 0 gleich irgendwas und das haben wir tatsächlich, da stehen S von 0 gleich 0 und V von 0 gleich 0, ja, das heißt also, auch hier haben wir wieder eine Anfangswertaufgabe, eine typische Anfangswertaufgabe und diesmal nicht eine und diesmal nicht eine Skalare, das heißt in einer Größe, sondern tatsächlich ein System von gewöhnlichen Differenzialgleichungen, das natürlich immer noch genauso einfach zu lösen ist, wie vorhin auch, denn der V' von T gleich A von T und V von 0 gleich 0, gilt natürlich, dass V von T ist nichts anderes als das Integral von 0 bis T A von S DS DS und naja, also es ist vielleicht gar nicht so eine tolle Wahl, sehe ich gerade und das habe ich vorhin auch schon mal gemacht, hier oben das erstmal wieder raus, Integral über V von R dr und hier und hier natürlich auch ein A von R dr und naja, also jetzt haben wir die erste Differenzialgleichung, die erste V haben wir schon bestimmt, müssen wir noch das S bestimmen, das heißt ist also S von T naja, wir wissen, dass S' von T ist V von T und das V von T haben wir gerade ausgerechnet, das ist also das Integral 0 bis T V von da war noch was anderes V von Z DS das ist nichts anderes als Integral von 0 bis T das ist jetzt mal ein, was wir gerade ausgerechnet haben Integral 0 bis Z A von R D L der Z ja und das sieht auch ganz gut aus das heißt also gegeben die Beschleunigung können wir erst mal mit unserer Formel von vorhin die Geschwindigkeit ausrechnen und anschließend können wir auch noch dann das S ausrechnen das heißt wir sehen zu welchem Zeitpunkt der Aufzug genau in welcher Höhe war das sind typische Anfangswert Aufgaben in diesem Fall einmal für eine skalare Differenzialgleichung oben und hier für ein System von Differenzialgleichungen unten und wir wollen uns noch eine etwas andere Aufgabe angucken und die kann man sich eigentlich auch hier eigentlich sehr schön klar machen und wir nehmen mal an wir stehen außen am Aufzug und wir wissen dass der dass der Aufzug sich immer mit einer konstanten Beschleunigung von 1 am Anfang tatsächlich fortbewerben die Geschwindigkeit steigt immer und die Beschleunigung ist 1 in welcher Größe auch immer das interessiert uns hier jetzt nicht besonders okay gut dann wollen wir wissen wie groß ist die Geschwindigkeit und zu einem gewissen Zeitpunkt und wir wollen wissen wie groß wo befindet sich der Aufzug an einem gewissen Zeitpunkt naja also erstmal die Beschleunigung ist 1 das heißt es gilt irgendwie auf jeden Fall mal S2' von T gleich 1 und wir versuchen das hier wieder auf dieselbe Größe zu bringen naja so ungefähr das heißt S2' von T ist 1 und naja wir wissen vielleicht nicht unbedingt dass der Aufzug am Anfang tatsächlich steht sondern wir hören nur der Aufzug hat schon irgendwie eine bestimmte Geschwindigkeit und kommt zu einem gewissen Zeitpunkt an einem Ort vorbei das heißt also bei S von 0 nehmen wir mal an der kommt tatsächlich im Erdgeschoss vorbei das heißt S von 0 gleich 0 aber er steht nicht die Geschwindigkeit ist nicht unbedingt 0 okay jemand anders steht oben im dritten Stock im ersten Stock und hört wann da der Aufzug vorbeikommt und das heißt also erster Stock Höhe 1 zu einem gewissen Zeitpunkt T0 hört ihr dass der oben vorbeikommt das heißt es gilt S von T0 gleich 1 okay und jetzt sehen wir wir haben hier wieder sowas ähnliches erstmal haben wir wieder eine Differentialgleichung diesmal mit S2' von T das heißt also es ist tatsächlich eine Differentialgleichung gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung es kommt eine zweite Ableitung drin vor und wie vorhin auch das ist keine große Überraschung haben wir zwei Randbedingungen vorhin hatten wir immer S von 0 und V von 0 gegeben diesmal ist es ein bisschen anders das heißt also wir haben S von 0 und wir haben S von T0 und der Einfachheit halber nehmen wir auch mal das S0 gleich 1 so dass wir die beiden Randbedingungen S von 0 gleich 0 und S von 1 gleich 1 haben ja die Frage ist kann ich überhaupt das S bestimmen immerhin fehlt mir ja komplett die Angabe mit welcher Geschwindigkeit der Aufzug am Anfang unterwegs war tatsächlich solche Aufgaben sind im Allgemeinen liefern im Allgemeinen eine eindeutige Lösung wir werden den entsprechenden Satz dazu noch mal wiederholen aber wir können uns in diesem einfachen Fall auch sehr klar machen dass es tatsächlich eine eindeutige Lösung gibt und einfach aus der Tatsache heraus wir wissen S2' von T ist 1 naja gut wenn S2' von T gleich 1 ist dann wissen wir S' ist eine Stammfunktion von 1 also S2' von T gleich T plus A mit irgendeinem A das wir nicht kennen und naja wissen wir wenn S2' von T gleich T plus A ist dann ist S eine Stammfunktion von T plus A das heißt das ist was wie T Quadrat halbe plus A mal T plus B mit irgendwelchen Zahlen A und B und das sind auch wirklich alle S die diese Eigenschaft haben dass S2' von T gleich 1 ist das sind nämlich alles Polynome zweiten Grades mit dem Höchstkoeffizienten 1 halb ok gucken wir weiter und um diese erste Bedingung zu erfüllen das heißt also S von 0 gleich 0 wenn ich T gleich 0 einsetze soll 0 rauskommen naja also das hier daraus folgt B gleich 0 und aus dem hier vorne folgt wenn ich T wenn ich 1 einsetze dann soll 1 rauskommen gucken wir das ist 1 halb plus A plus B da soll 1 rauskommen wir wissen schon B ist 0 und das heißt also A ist gleich 1 halb das heißt insgesamt unsere Lösung die wir am Ende rausbekommen ist gerade das S von T ist gleich T² halbe ich schiebe das mal wieder ein bisschen höher hier das ist ja T S von T ist T² halbe plus T halbe naja und da sehen wir natürlich erstmal klar die zweite Ableitung ist 1 T halbe die Ableitung fällt weg T² halbe Ableitung ist 1 und dann setzen wir S von 0 ein naja also S von 0 ist 0 wenn ich das so definiere und S von 1 ist tatsächlich gleich 1 halb plus 1 halb gleich 1 das heißt tatsächlich das hier ist die eindeutige Lösung unserer gewöhnlichen Differenzialgleichung und wir sehen gegenüber den Beispielen mit den Anfangswertproblemen mit den Anfangswertaufgaben hier zwei zwei Sachen die anders sind erstmal haben wir hier tatsächlich eine zweite Ableitung stehen hatten wir vorhin auch im Grunde also da haben wir immer mit dem V-Strich gerechnet bezogen auf das S ist das auch die zweite Ableitung von S aber wir haben hier Randwerte vorgegeben links und rechts das heißt also wie sieht so eine allgemeine Randwertaufgabe aus erstmal wir haben eine Differenzialgleichung und wir haben nicht an einer Stelle sowohl die Werte alles gegeben praktisch wie vorhin also Weg und Geschwindigkeit also der Funktionswert und die Ableitung sondern wir wissen naja hier vorne da durch diesen Punkt muss die Lösung gehen das wäre hier also jetzt der Punkt 0 0 und es muss hier vorne durch diesen Punkt gehen 1 0 und wir suchen einfach eine Kurve die einmal die Differenzialgleichung erfüllt und dann durch diese beiden Punkte geht und das Ganze muss jetzt dann irgendwie so auf diese Art und Weise aussehen ja das heißt also wir haben zwei Aufgaben jetzt kennengen einmal die Anfangswertaufgaben und dann hier unten die Randwertaufgaben die sich einfach dadurch unterscheiden bei Anfangswertaufgaben sind alle Randbedingungen an derselben Stelle gegeben das heißt wir wissen ganz genau wo wir anfangen müssen und in welche Richtung wir anfangen müssen und bei Randwertproblemen ist es so wir haben einmal einen Wert gegeben einen Wert der Kurve links gegeben einen Wert der Kurve rechts und wir suchen eine Kurve die durch diese beiden Punkte durchgeht okay gut eindeutigkeitsfragen und so weiter werden wir uns noch anschauen bei Anfangswertaufgaben ist es ganz einfach das ist einfach der Satz von PK Lündelöff okay unter sehr groben Annahmen nämlich einfach mit der Lipschitz Stetigkeit im zweiten Argument dieses Fs das wir da vorne angeführt haben da fällt mir auch gerade ein das F sollte ich auch nicht so definieren sondern ich sollte das T nach vorne ziehen und dann kann man sprechen von Lipschitz Stetigkeit in S und V da gibt mir eine gute Gelegenheit nochmal das Radiergummi auszuprobieren soll natürlich heißen F von T S von T